Dienstag, 31. August 2021 Jesus sagte, Mein Volk, ihr benutzt eure Telefone, um miteinander in Kontakt zu bleiben, daher ist diese Vision eines alten Wählscheibentelefons mein Zeichen, dass ich euch immer dazu aufrufe, mit mir in der Messe, in euren Gebeten und beim Empfang der Heiligen Kommunion in Kontakt zu bleiben. Ich liebe euch alle, denn ihr seid meine Geschöpfe, und ich möchte euch bei allem, was ihr für mich tut, nahe sein. Mein Sohn, ich weiß, wie sehr du Psalm 27 liebst, wenn er davon spricht, wie du mit mir im Himmel sein willst. Du wirst wirklich den Wunsch haben, meine Lieblichkeit zu betrachten und meine Liebe in all meiner Schöpfung im Himmel zu betrachten. Im Evangelium habt ihr gesehen, wie ich den bösen Geist aus einem Menschen austrieb, weil ich viel mächtiger bin als die bösen Geister. Sie sind wie kleine Fliegen, denen ich befehle, zu gehen. Der Dämon wusste, dass ich der Heilige Gottes bin, und er fürchtete sich vor mir. Habt also keine Angst vor den Bösen, die in dieser Welt Macht zu haben scheinen, denn ich werde bald alle Dämonen und bösen Menschen in die Hölle werfen. Ihr werdet bald meinen Sieg in der Schlacht von Harmage Don sehen, und ich werde mein Gericht über die Erde bringen mit meinem Kometen der Strafe, der auf die Erde fallen wird, und die Dämonen und bösen Menschen werden vom Angesicht der Erde in die Hölle gereinigt werden. Dann werde ich das Antlitz der Erde erneuern, und ich werde meine Gläubigen in mein Zeitalter des Friedens bringen als eure Belohnung dafür, dass ihr meinem Dienst treu seid. Übersetzt mit www.dbl.com Kostenlose Version